Willkommen bei Lernerfolg Grundschule. Toll, dass du mich besuchst. Du bist das erste Mal hier. Ich zeige dir kurz die wichtigsten Funktionen. Ups, ich vergaß mich vorzustellen, wie unhöflich. Ich bin Freddy, der Vampir. Ich werde dich beim Lernen begleiten. Aber jetzt wollen wir uns erst mal umschauen. Wähle zuerst unten eine Klassenstufe aus. Klicke dazu einfach auf die 1 für die 1. Klasse, die 2 für die 2. Klasse und so weiter. Du kannst zwischen Mathematik, Englisch, Deutsch und Konzentrationsaufgaben wählen. Klicke einfach einen der Reiter an. Bevor ich anfange zu lernen, mache ich aber immer ein paar Konzentrationsaufgaben. So kann ich mich super auf das Lernen vorbereiten und ich merke mir auch besser, was ich gelernt habe. Probier es doch auch mal aus. Es gibt immer 10 Themengebiete. Such dir eines aus und klicke es an, um die Übungen zu starten. Für richtig gelöste Aufgaben bekommst du Zeit zum Spielen und goldene Sterne. Sammel mehrere Sterne, um tolle Kronen zu erspielen. An der Batterie kannst du ablesen, wie viel Zeit zum Spielen du hast. Wenn du mit dem Mauszeiger über eine Schaltfläche fährst, sage ich dir, was sich dahinter verbirgt. Falls du diese kurze Demo noch einmal sehen willst, klicke hier. So, das war eigentlich schon alles. Sieh dich einfach mal in Ruhe um und probiere alles aus. Du findest bestimmt schnell heraus, wie alles funktioniert. Ach so, du willst bestimmt auch mal die Spiele ansehen, stimmt's? Klicke dazu einfach hier. Wir sehen uns bestimmt gleich wieder. Bis dahin, viel Spaß!